. Und er trifft erneut wieder! Fabrice Herzog erhöht hier in der elften Minute zu 2 zu 0. Fabrice Herzog ist ein sehr physischer Spieler. Ein grosser Spieler, ein physisches Element, welches definitiv weiss, was zu Gau steht. Und das ist Fabrice Herzog, plötzlich alleine von Hillen. Herzog, 1-3. Das war bei uns schon vor ein paar Jahren, hat bei uns die Ausbildung gemacht. Dann ist via ZSC und Davos schlussendlich wieder bei uns gelandet. Und wieder direkt, dieses Mal passt Herzog. Gorvi legt die Scheibe zu Fabrice Herzog. Definitiv ein Element, das wir brauchen können und wo uns eine physische Substanz gibt. Er tut in der Mitte schon wieder mit dabei. Herzog! Herzog! Nächstes Unterzahl zu euch ergibt es denn das? Herzog! 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 Herzog!